Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um die Richtlinien, beziehungsweise zumindest die ersten paar davon. Und zwar die Richtlinien, die man beim Entwickeln einer Architektur für eine Software tatsächlich beachten muss. Klar, man kann sich viel orientieren, aber das meiste von so einer Architektur wird trotzdem immer noch von einem selber natürlich stammen. Man kann zwar einige Teile übernehmen oder sowas, aber ja, der grobe Entwurf muss natürlich immer noch auf die Anwendung zugeschnitten sein. So, und da kann man eigentlich so sagen, das sind so die sechs grundlegenden Richtlinien, die man hier für eine Entwicklung oder für eine Software tatsächlich hat. Oder für eine Architektur besser gesagt. Und zwar, wir starten einfach mal mit dem ersten, und zwar Separation of Concerns. Das bedeutet, wir haben hier, eigentlich geht es darum, dass man die Kohäsion oder der Zusammenhalt zwischen Modulen, also zwischen verschiedenen Modulen, wobei hier Berechnung ein Modul sein soll und I.O. ein Modul sein soll. Allerdings gehört File und Writer auch noch zu I.O. dazu. Das heißt, das ist alles I.O. hier unten und Berechnung ist hier oben ein anderes Modul. Und hier soll der Zusammenhalt zwischen Berechnungen und I.O. möglichst gering sein. Das bedeutet, man hat eigentlich Berechnungen möglichst entkoppelt, sagt man auch, von Input, Output. Also I.O. steht für Input, Output, falls ihr es gerade nicht wusstet. Ja, das bedeutet, wir haben hier jetzt also die folgende Situation. Wir wollen, dass Berechnungen möglichst wenig, beziehungsweise auf möglichst wenig von I.O. zugreift. Das heißt, wir haben dann vielleicht eine Klasse in I.O., da sagen wir, I.O. Punkt, ja, gib mir den Inhalt, bla 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 bla. Zum Beispiel einfach nur irgendwas aus einer Datenbank abfragen. Das wäre dann eine möglichst lockere, also möglichst geringe Kohäsion, möglichst wenig Zusammenhalt. Wenn man einfach nur auf immer eine Klasse hingeht und sagt, ich will genau das haben. Und man muss nicht irgendwie jetzt hergehen und sich selbst einen Writer erstellen, eine File erstellen und diese Writer und File dann in I.O. noch mitliefern oder sowas. Nein, das macht alles das Modul I.O. Man greift einfach nur über eine sogenannte Fassade, werden wir auch noch genauer kennenlernen, zum Beispiel auf I.O. zu. Und sagt dann, hey, ich möchte zum Beispiel meine User. Und zwar alle User dann. Zum Beispiel. Nur wirklich ein Beispiel. Und das bedeutet, man hat eigentlich nur eine Schnittstelle, wo man dann auch wirklich von Berechnung, also einem anderen Modul, auf Input, Output zugreifen kann. Aber auf der anderen Seite, innerhalb eines Moduls, soll die Kohäsion möglichst groß sein. Das bedeutet, da soll sehr viel zusammenhängen innerhalb eines Moduls. Und wenn da nur wenig zusammenhängt, dann kann man es eigentlich auch in ein anderes Modul auslagern. Denn dann hat man zum Beispiel, also sagen wir mal zwischen File und Writer, hängt jetzt fast nichts zusammen, dann würde man eigentlich File und Writer in unterschiedliche Module auslagern. Nämlich das eine als Dateimodul und das andere als I.O. Modul zum Beispiel. Also das heißt, wir haben hier eigentlich die Situation, dass wir, wenn wir ein Modul schreiben, innen drin möglichst alles dicht zusammenhängen lassen. Aber von außen ist immer nur sehr, sehr schwacher Zugriff vorhanden. Und ja, das ist so der Trick dabei. Dadurch kann man natürlich dann auch super die Teamarbeit aufteilen, denn andere Leute wissen natürlich von dem Modul möglichst wenig und wollen sich auch möglichst wenig nur einlesen. Aber natürlich man selber, beziehungsweise das Team, das an I.O. dann arbeitet, das weiß natürlich alles, was da vorgeht. Und kann dann natürlich auch super leicht was verändern. Der Trick dahinter ist natürlich auch, wenn ich jetzt bei I.O. die Schnittstelle ändern muss, dann habe ich natürlich hier riesige Aufwendungen. Also sagen wir mal, wir haben eine Methode, die sagt uns GetUser. Und die Methode nimmt einfach den Namen eines Users und liefert mir aus irgendeiner Datenbank einen User. So, wenn ich jetzt allerdings GetUser und den Namen des Users und vielleicht noch die ID des Users anfordere, dann muss jede einzelne Methode, die da drauf zugreift, auf diese Methode GetUser, muss geändert werden. Das heißt, jedes andere Modul muss davon Wind bekommen, dass sich da was geändert hat. Und deswegen sollte man Schnittstellen eigentlich so selten wie möglich ändern müssen. Das heißt, die sollten fest sein und an denen orientiert man sich. Und das bleibt dann auch einfach. Aber innerhalb von dem Modul, was dann intern passiert, was die Datenbank ausliest, was die Datenbank irgendwie verarbeitet und so weiter und so fort, das ist völlig egal. Denn was sich da ändert, das kann man recht schnell anpassen. Ja, und das ist eigentlich so der grobe Hintergrund hinter Separation of Concerns. Immer schön bedenken, innerhalb eines Moduls soll alles gut zusammenhängen. Außerhalb von dem Modul soll man nur lose, also zwischen den Modulen sollen nur lose kommuniziert werden. Okay, das war es von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.